Blacky? Blacky? Ja. Alter, man ist kein D-Zug. Komm hier, reden. So, nach vorne. Wir können da schon zu reden, wir auch. Fahr gut. Gut. Ich bin auch mal Davo-Keyen-Action. Yeah, geil, Gesellschaft. Einfach recht im Ausland zu spämen und... Ja, ja, toll. Hunter! Hunter! Komm mir nicht weg! Feuer! Ich bin unterwegs! Streifen heute, hast du mir in Flammen gesteckt. Nein. Nein. Nur nicht. Ehrlich nicht. Ey, das ist ganz schön warm hier. Ja, dann beschütz mich mal, dann kann ich die... Wo bist du denn? Das wird nur nix. Sorry. Mori! Ein, zwei, drei, vier Stück können wir schon. Der fünfte ist gerade unterwegs. Mit Zombie-Begleitung. Den sechsten holt gerade der Mori. Wie soll man das schweifeln noch stellen? Alter! Gut jetzt! Gut jetzt, sag ich! Ich höre nen Tank-Druck, glaub ich. Ja! Oha! Oha! Ah, Tank! Ah, ha! Ah, hat nen Hunter! Ah, ne, juckies! Oh Gott! Du. Und Boom-Off! Geil! Richtig geil! es kann sein, dass wir Rejo jetzt verlieren ich weiß nicht, wie ich da hochkomme äh, da wo du bist, rein und dann hinten die Treppe hoch Moment, ich hab gerade noch mit dem Hunter zu kämpfen hier rein? da rein! dann nach rechts, dann ist da irgendwo ne Treppe hast du gefunden? ja juhu man bräuchte aber da eventuell mal irgendwo nen Medikit alter ich bin alle weg jetzt bleib am Leben, mehr musst du nicht machen bleib am Leben, rechts, 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 rechts ah, da rechts alter was ist nur hier los ich bräuchte ganz dringend mal nen Medikit ey, ich gucke gerade, wo wir hier eins liegen haben haben wir überhaupt noch irgendwelche? hier auf der Straße, ruhig stehe aber hier sind noch welche? ruhig stehe, haben wir auch eins weil Blacky ist eins wie viel, genießt haben wir schon zusammen? ich kann gleich mal durchzählen aber ich stehe gerade hier eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun haben wir dann ich bin gerade mit dem Incoming beschäftigt, zähl du mal weiter, ich kann nicht mehr naja, ist ja gut, mach mich nicht gleich an hier hehehe hehehe so ah, so reich Spid, Hunter und Jockey Jackpot, wir sind unterwegs so erinnere mich mal mit Mossi, ich komm dich mal heilen ich bin gerade mit dem Jockey beschäftigt nachdem ich den Hunter abgefällig habe Smoker, Smoker, Smoker ja, ich bin da, ich bin gleich da, ich bin gleich schnell, helf mir, Smoker ja Mossi ja die liegen alle rum, was soll denn das? danke sehr Black, heil dich mal ja, mach ich gleich da draußen sterben Menschen nimmst du den Kanister noch mit? muss die Zombies von mir weghalten, dann krieg ich dich hoch Achtung Hunter und Boomer Hunter danke Tank Boomer los lauf, ich beschütz dich ah, ich stehe in der Ecke gibt's auch nicht verpiss dich verpiss dich verpiss dich sag ich verdammte Hacke was soll denn das? zwei Tanks warum lebt der noch? ach also zwei, gar richtig geil einer ist schon tot also hier oben ich bin jetzt bei 237 bisschen Zeit habe ich noch bisschen Zeit habe ich noch ok das ist irgendwo Medikid oder sowas äh bei wo war angefangen da steht noch ein 4 6 ich komme da ach alter ja geil richtig Hammer so äh oh Gott schnell, 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 schnell los, 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 los ich sah bloß, hier ist ein Tank hinter dir Alter Scheiße, fucking, Hunter Mann, ich hab die doch gerade ne ja, Mann da ich nix für die sind einfach überall die Scheißviecher Alter, das ging ja nicht Scheiße, Hunter ah, Mann Blacky, helf mir aber irgendwie ein Disney oder sowas ne, keiner schade ey 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 ey, ich war unterwegs, aber ich hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft ja Spitt, Achtung, irgendwo Spitt ich geh zurück zum heilen irgendwo, falls wir was haben ja, da auf dem Tisch müssten eigentlich noch wer hier liegen wenn da nicht schon alle weg sind welcher Tisch? ja, der da, wo schon alle weg sind scheiße ich hatte keins ey, gar keins? gar keins ich hatte noch eins dabei und das war's ansonsten auch gar nichts mehr wer hat'n die alle gefressen? ich hatte mal bei den anderen die Augen offen also ich hab eben eins genommen äh, wer kommt mit mich zu den ich hatte noch eins in der Hand, aber wer kommt mit mir hinten hin zu den anderen beiden? das ist ein Hunter hey, ich bin reloading scheiße nicht umdrehen ja, du stopp shootin, du all right? okay aus dem Blick Aaaaaaah Hunter, hinter dir so, weg Bartort, kommst du bald mit? ja, ja, hab ich doch gesagt, ich komm mit dir gut ist alles sauber ich... ich komm mir ein bisschen bei euch die Umgebung an, ne? ich hör irgendwo... scheiße, Smoker, Smoker, Smoker ja, man, Gott, ich find' ich will er läuft schon, er läuft schon ich hab kaum noch Munition, ich muss Munition sparen Tank Alter, nein! das gibt's doch nicht richtig schlecht bin down ja, chancenlos einfach chancenlos alter, das gibt's nicht Bartort hat's daneben gedossen 3,0, 400, auch alter ich hab den Tank aber noch erledigt was? Alter, Mossi, wenn du jetzt richtig gut bist, ne? dann haust du erst mal die Adrenalinspritze rein ja ganz dringend dann hältst du ein bisschen länger durch dann machst du den in Blackhide na chill erst mal den hinter dir erledigen direkt hinter dir geh ich nur schon einh jetzt, möglich schnell dahin, weil sonst verkackt der nämlich gleich das war schon weg alles klar ja, versuch Nummer 1, ne? das war's ja hallo uah okay, Jungs, wir laufen alle zusammen ja, anders funktioniert ich nicht so, was hab ich denn noch frei? habt ihr, haben wir irgendwo Adrenalin oder so? zack hier? ne, gar nix ey, wer hat mein Medi-Pack genommen? weiß ich nicht ich hab gar keins genommen ich hab auch keins genommen ich steck in der Tür ich steck in der Tür so jetzt sind wir nicht lange labern lassen, gleich runter ja direkt anfangen hier Speedrun bla 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 sind alle bereit? ja da unten warten sie schon unsere Fans naja, zwei wen ja gut fang mal direkt an welche nehmen wir zuerst, die auf der linken Seite ja, ja können wir machen wo, wo liegen denn die ah, da liegen die ich hab mir grad mal gegriffelt weil ich das jetzt einfach brauche ach, das sind unsere also so ähm der kommt weg der kommt weg lauf mal jetzt zusammen Blacky, schreif nach hier ah, Jockey, 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 Jockey das heißt, wir können jeweils also vier Kanister immer holen nee, zwei müssen schießen, sonst wird's nicht ok, dann nehmen wir jetzt ich nehm noch einen und Leute wieder zurück jetzt spring mal runter aua denk dran, nicht in die Kanister auf unserer Hand schießen in alle anderen Kanister von mir aus aber nicht die in unserer Nähe oder in unserer Hand so und die nächsten sind wir hier oben die im Gebäude erstmal obwohl die jetzt mal die weiten strecken dann mal gesagt, oder? ja und zum Fluss kommen die ganzen Tanks glaube ich, oder? also das sind noch ganz hinten welche ja, bin ich gerade unterwegs sind bist du denn? hier oben ach, da oben ich war jetzt hinter dem Haus hier die hier sind aber auch ganz so weit weg so, oder Baseballschläger und nun Pipe ich hab hier Geleitschutz so, ich hab hier noch einen Kanister, wer will den nehmen? Lecky, komm du mal her naja, würde ich wohl nehmen, ich wollte nur rat ok, raus hier dann irgendwer, ein Jockey, ich glaub das ist der Mossi ich geh schon mal zum äh, zum zum Generator ah, scheiße, Smoker irgendwer muss kommen, irgendwer muss kommen irgendwer muss kommen scheißegal, lass alles, lass alles stehen und liegen, komm her so, erstmal, Mossi hoch 52, 190, 58, 48, 46, 16, tot, dankeschön das kommt, wenn ihr wieder alle alleine lauft ja, wir wussten nicht, wo du hinläufst die hat einen Scheiß auf die Kanistern, würfst du die Kanister aus wir waren zu dritt du bist ja schon vorgelaufen ja, ich war alleine ja, du bist ja auch vorgelaufen ich war alleine und hab's geschafft ja, schön für dich oh, Mann, ey haha, das gibt's doch nicht leichte Unruhen im Team wenn er auf dem Weg mal irgendwo so ein Defi rumliebt, wie sie ne, würd doch gern mal weiß noch nicht, wie lange man den benutzen kann, aber so so Mosi, wo willst du hin? aus erstmal auf Jockey hinter dir sind noch zwei mhm, 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 smoker um smoker, 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 smoker so, muss abgerissen, erst erlebt aber noch 05 weiter bitte, bitte hilfe, 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 dann ileen bis ah St. Hilfe? Mosi steht ins Feuer rein. Hilfe? Ja klar, der kriegt Hilfe. Alles klar, danke. Der Schwarzer muss es so mal. Moment, ich muss mich heilen, Jungs. Die kann nicht irgendwo Defi rumfahren auf die Scheiße. Jockey, Jockey, Jockey. Oh, ey, immer auf mich, ey. So, soll ich da dir? Wir müssen die Tanks hierhin treiben. Weil hier haben wir noch Francis und Zoe, die mit schießen. So. 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 Ja, ich habe es wieder. Komm, wir müssen die K penis holen. Sofort. Ne, ich habe sie LIGG Forever Tunnel 놀�iert. Lauf mich alleine. Gehe am besten wieder zurück. Ja, Hunter, sieste? Eigentlich sollte ich die verrecken lassen, weißt du das? Oh, noch ein Hunter, ey. Das geht so nicht. Also, für gleich nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Wir bleiben eine Gruppe. Wo ist der Dingens? Der Dingens? Der Levan. Oben, hinter dir. Nein! Hilfe! Schnell! Hilfe! Fünf! Alles klar. Ich glaube, das musst du ein bisschen cutten. Aber musst du auch nicht cutten, Mensch. Oder Überlänge. Überlänge. Überlänge ist immer gut. So.